Jo, was geht ab, meine geilen Schnittchen? Einfach geil, ist wieder back am Start, nach einer ziemlich langen Pause, muss ich wirklich sagen. Tut mir leid, ich hatte ziemlich viel zu tun im Real Life. Also es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ich kann in den nächsten Tagen mehr Content bringen. Bin wieder back am Start mit ein bisschen Gambeln. Heute haue ich auf jeden Fall, beziehungsweise jetzt haue ich auf jeden Fall raus, ein Highlight-Video, so von allen Videos, die ich so jemals gemacht habe, bis dem heutigen Tage. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Lasst doch ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Peace out, Leute. Wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Haut rein. Ey, wo hast du durchgeschossen? Durch die Tür. Beide. Definitiv nicht, man. Im Spray. Im Spray. Okay, Minions, attacke! Streitkräfte raus, zuerst die mit den Schwertern und dann die mit den Veldos. Ja! Oh shit. Highway. It was at this moment, Jackson knew. He fucked up. He fucked up. Da! Fuck! Ich hab's doch gesagt! Ich hör' dich. Ja! Musst du ja auch nicht! Wegen die haben wir jetzt die Runde verloren, Alter. Echt? Wünsch mal, nu! Er hat kein Kitsch, Dig. Er hat kein Kitsch, immer. Wünsch mal, nu! Scheiße. Laying down smoke. Throwing smoke in. Ander, pass one, ander, pass. Deploying flashbang. Throwing flashbang. 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 Two hit, two hit, slow. Oh. Nice grip. Nice grip. One hit. Ich hab's mal auf mich gewartet! komm 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 da ist noch einer Onside ne nicht mehr los rennen da ist glaube ich einer noch Skruti ne wer ist an die letzten die Geschälde weg hier alter einer kommt gleich da hinten CTK irgendwo am rum ein mach was ihr meint mach was ihr meint ja das ist meiner hey ich gebe den turn on alter habt ihr es grad nie mal gesehen schalte der gerne Anzeige ist raus alter der hatte Lob man 8 nein 8 nein oh mein Gott real play alter Josh Martin alter Josh Martin und super durchspiel mit controller Man hätte auch einfach gesagt, nein, ich habe keine Luft. Ich höre absolut null, ne? Echt, ich höre auch gar nichts, Mann. Ich höre absolut gar nichts, Alter. Ich ran hier einfach jetzt nicht. Weiß und Pit. Ja, wieso ist die Bombe denn auf B? Und warum sind die denn bitte Pit? Komm doch einfach! Ja, warum denn? Was denn wohin? Die Gegner, die sind A drauf und planten und gewinnen. Die Bombe, Junge, weißt du, wo die Bombe ist? Nein, keine Ahnung, wo ist die Bombe? Ja, warte, ich zeige es dir. Hä? Wieso ist die Bombe jetzt da? Ja, weil die die Bombe geholt haben, die drum kommt. Wo rennst du hin? Äh, wenn man abkommt. Ah! Wie geil ist das denn, Alter? Jetzt gibt es. Wie geil ist das denn, Alter? Nice. Nice, Mann. Ich hab grad keine Musik an und mein Counter-Strike, äh, geht grad nicht auf. Das, das find ich toll. Aua! Lass mich auf, aus meinem Game raus-tabben. Sonst muss ich hier schnell schließen. Meine Playlist ist von meiner Musik weg. Ich muss eine neue machen. Ich mach das später. Tut mir echt leid. Ich hab meine Playlist gestern gelöscht. Das kommt ja ausreden. Und, nein, wirklich, ich hab die gelöscht, weil die scheiße war. Und, ähm, die Leute hat eine neue... Boah, warum bist du eigentlich automatisch gebannt? Das find ich voll scheiße. Also, das tat richtig weh.